Wir haben hier ein Schaltbild einer Tandem-Duo-Kombination von Leuchtturflampen. Vierlampige Leuchten sind in der Regel quadratische Leuchten mit vier Lampen, die je 18 Watt mit je 18 Watt bestückt sind. Sie werden bei Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten oder verlustarmen Vorschaltgeräten praktisch immer in Tandem-Schaltung ausgeführt. Wobei zwei Lampen 18 Watt zueinander und mit einem Vorschaltgerät für eine Lampe 36 Watt in Reihe geschaltet sind. Zwei Parallelzweige bilden dann miteinander wieder eine Durchschaltung. Damit eine Tandem-Duo-Kombination. Leuchtturflampen in Tandem-Schaltung Sie benötigen Spezialstarter. Sie sind mit der Aufschrift 4 Watt bis 22 Watt gekennzeichnet. Ungeeignet sind Breitbandstarter mit der Aufschrift 4 Watt bis 80 Watt. Falsch ausgewählte Starter führen zu Startschwierigkeiten. Auch mit korrekt ausgewählten Tandemstartern kann es zu Startzeiten von mehreren Sekundendauer kommen. Die Tandem-Schaltung sollte darum grundsätzlich nur dort eingesetzt werden, wo selten geschaltet wird. Die Einschaltprobleme lassen sich manchmal reduzieren, wenn einer der beiden Starter der Schaltung herausgenommen und mit umgekehrter Polung wieder in seine Fassung eingesetzt wird. Wir haben hier die Stromeinspeisung mit L1 und N. Hier den konventionellen oder verlustarmen Vorschaltgerät für 36 Watt Lampe. Diese Leuchtstofflampe hat eine Leistung von 18 Watt. Diese Leuchtstofflampe hat auch eine Leistung von 18 Watt. Die beiden sind in Reihe geschaltet. Diese Schaltung nennt man Tandem-Schaltung. Hier haben wir einen Starter für diese Leuchtstofflampe. Starter für Tandem-Schaltung für 4 Watt bis 22 Watt. Hier haben wir einen Starter. Dieser Starter ist für diese Leuchtstofflampe mit einer Leistung von 18 Watt. Starter für 4 Watt bis 22 Watt. Hier befindet sich ein Reihenkondensator für konventionelle Vorschaltgeräte oder verlustarme Vorschaltgeräte für 36 Watt Lampe. Hier haben wir ein konventionelles Vorschaltgerät oder verlustarmes Vorschaltgerät für 36 Watt Lampe. Hier befindet sich eine Leuchtstofflampe mit einer Leistung von 18 Watt. Dieser hat einen Starter für wieder Tandem-Schaltung für 4 Watt bis 22 Watt. Diese Leuchtstofflampe ist in Reihe geschaltet mit dieser Leuchtstofflampe. Diese Leuchtstofflampe hat eine Leistung von 18 Watt. Dieser hat wieder für eine Tandem-Schaltung einen Starter für 4 Watt bis 22 Watt. Diese beiden Leuchtstofflampe sind in Reihe geschaltet und diese beiden Tandem-Schaltungen, diese beiden Parallelzweige bilden dann miteinander wieder eine Durchschaltung komplett. Damit wird diese Schaltung als Tandem-Duo-Kombination genannt. Tandem-Duo-Kombination von Leuchtstofflampen Die Tandem-Duo-Kombination von Leuchtstofflampen besteht aus 4 Leuchtstofflampen. Diese 4 Leuchtstofflampen sind in einem Gehäuse und wir nennen sie 4 lampige Leuchten. Die Tandem-Duo-Kombination von Leuchtstofflampen Die Tandem-Duo-Kombination von Leuchtstofflampen